Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und wir gehen heute auf den satten Hugo. Meme Spaß, abonniert den Channel gerne und wir starten direkt rein. Schaut doch immer wieder auf Instagram und TikTok. Abonniert gerne unseren Channel kostenlos, Däumchen oben, mach gerne weg, falls ihr gewählt und sonst geht's. Heute spielen wir wieder eine Runde FIFA 19. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Was Autofans Spaß macht, bringt Anwohner um den Schlaf. Also etwa so. Was ist das für ein Typ, Alter. Sind die dann so viel wert oder was bedeutet das, MVP und so? Das sind Mannschaften auf jeden Fall, ne? Ja genau, das sind Mannschaften. MVP sind Mannschaften. Ah ja, MVP sind Mannschaften. Fußballmannschaften. Hast du jemals schon mal das Spielzeug mit deiner Freundin benutzt? Also allgemein mit deiner Freundin. Nicht mit deiner jetzigen, sondern allgemein. Allgemein. Okay, okay, das ist ja witzig. Ja, wie ist das bei dir, Mehdi? Nee, nee, Max, ich hatte dich ja jetzt erstmal gefragt. Dieser Junge ist so lost. Kann man die Fragen einfach immer weiterleiten? Achso, okay. Nee, das geht nicht. Ich enthalte mich meistens bei sowas. Ganz entspannt. Wo kommst du? Ich wohne jetzt. 220 Minuten mit der Bar. Gib ihm mal raus, der hat die ganze Zeit gewartet. Das war alles was. Alter, äh? Mickies neues Gaming-Zimmer. Hat sich da was geändert? Wie es sich fühlt. Guck mal, jetzt ist viel dunkler die Haut, oder? Ja, hier ist es halt echt nicht optimal mit dem Licht, weil das Licht eigentlich von hinten kommt. Komplett mal links liegen lassen. Okay, dann lass den mal so machen. Was war das denn? Was war das denn? Ich wollte den Stuhl anfassen. Ja, ja. Ah ja. Ich wollte den Stuhl anfassen, auf jeden Fall. Ich glaub, der gönnt sich gerade. Montes dritter Schlaganfall. Sorry an der Stelle für ihn. Hat's schon mal 3er? Was hatte ich? 3er? Ja, aber ohne, dass man was gemacht hat, ja. BMW, Junge. Da bei Jo. Was hast du gedacht? So sitzen, dazwischen sitzen. BMW fahren. Was ist BMW? Ein 3er-BMW. Ich würd's mal probieren. Soll ich mal machen? Ja, die können... Oh, beide down. Sollen wir gleichzeitig machen? Ja, sehr gerne. Ich würd mich abrollen. Okay, dann machen Sie. Okay. Es ist genau das Heuerweller. Man kann ihn gar nicht sehen. Digga. Okay, ich sag euch wieder, welche Spieler kommen. Ich bin mittlerweile drin. Ich hab jetzt schon viele Packs geöffnet. Letztes Jahr und auch dieses Jahr. Frankreich, LV, Bayern ist... ...Hernandes. Frankreich, LV ist... ...so schlecht. Ich hab nie von ihm gehört. Ich spiel sogar bei Bayern. Gab's die letztes Jahr schon? Ja. Wie ist das Wetter bei dir? Keine Ahnung. Weiß ich seit FIFA Release nicht mehr. Walk out! Oh mein Gott! Ich weiß es seit FIFA Release nicht mehr. Ah ja, das sucht die! Im Spielen ist Max bestimmt besser. Gut drauf und angreifen. Oh, es ist in Traur. Nach, in Randome? Ja, 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 ja. Und was machst du dann? Folglich? Hast du am besten Fall... Was war das? Umstiegst du dich einfach? Torwart kommt nicht rauf. Ich täusche immer links und rechts an. Der geht rein, der geht so sehr frei. Bruder, er leuchtet ihr so in die Presse. Er hält doch so den Kopf. Das dachte ich mir aus, als ich gesehen habe. Bruder, ich habe heute den Chat mit dabei, oder? Lass mich gucken, ist es der Chat? Darf ich dir eine kurze Frage stellen? Und zwar, also private Frage. Ob du mir eine Nummer geben kannst? Auf WhatsApp? Na ja, klar. Geh mal dein Handy. Ich habe noch nie jemanden meine Nummer so gegeben. Eurem Sohn. Du gibst sie aber nicht weiter, Ferdinand. Du kannst richtig angeben. Richtig flexen, flexen, flexen. Medic, sprach ein Doktor und ein Oberarzt. Für den abgef***ten Zocker namens Olaf Schaaf. Ey, der Typ, der hat mies Probleme. Nicht nur Schizophrenen, auch ein Mikro p***. Und wer hier denkt, hoffentlich ist Marcel Ehres. Innen Lambo, in Farbe von seinen Zähnen. Ohohoho. Ich werde jetzt hier nochmal die Wassermalone testen. Der Geruch wirkt relativ natürlich. Ich habe mir jetzt gerade 95er Maradona für die Bank gekauft, damit ich wieder Erster bin. Aber Höhe geht nicht. Maradona, Messi, Ronaldo auf der Bank. So wichtig. Du bist so deppert. Oh mein Gott. Er kauft... Er ist so schlecht im Fieber. Er ist so schlecht im Fieber. Und dann kauft er sich... Nein, das ist so Geldverschwendung, Mann. Das ist so Geldverschwendung, wirklich. Nur, dass er die beste Mannschaft der Welt hat. Und dann so schlecht spielt. Du bist Mist. Oh. Nur mal kurz Verständnis. Du hast jetzt 2,5 Millionen und so für ein Bankspiel ausgegeben, nur damit du wieder ganz oben bist. Ich bin ganz oben. Du bist ein Psychopath immer. Er hat es geschafft, ja. Der am wenigsten süchtig ist. Das hier, dieses Geräusch. Er hört mich immer an Fish and Frenzy. Auf Merkur, auf dem Vierer. Zehn Linien. Wenn der sch*** Angler reingekommen ist, kam das auch immer. Ding, ding. Dann hat er immer nur die 40 Euro Fische gegangen, der sch*** Sohn. Ich könnte mir auch selber von mir gut vorstellen, dass ich irgendwann mal Suchtberater werde und anderen Leuten helfe. Liebe Leute, ich habe natürlich heute gute Unterstützung dabei. Denn alleine würde ich das natürlich niemals hinbekommen, ein gutes Gericht zu kochen. Deswegen sind wir nur eingeladen worden, damit wir kochen. Ja, natürlich. Für was denn sonst? Willst du mit mir zu? Boah, wie lust. Mann, Alter. Ok, Elena, bitte nicht aufs Mic. Das wäre mir ganz, ganz wichtig. Mach es in die Richtung. Entzwirbelt den Tornado! Gesang Schnappt. Seh ich beschissen aus mit dir so? Ja. Ja wirklich? Perfekte Männer, raus aus, er geht ja. Sieh mir so was zum Wasser noch. Weil ich die Jungen gleich kochen will. Und dann wusste man ja mega gerne Kaviar. Was? Was, Bruder? Den Morgen kam mir, deswegen hab ich mich so an Kaviar gewöhnt. Der vertreibt sich wieder so übelst. Am Ende des Tages ist immer alles Geschmackssache. Ich finde es so nice, dass er die Hose trinkt, weil ich zum Beispiel, selbst wenn ich die Hose feiern würde, würde ich die niemals in meinem Leben kaufen und tragen. Würde ich mich nicht trauen. Wow, clean, Mann. Der Dehnert. Elvis Presley. Wow. Das ist er doch. Geil, Alter. Santa Claus, schreiben die Leute. Ah ja. Graffiti-Film vom Paradox zwischen Lebensgefahr und Spiro. Spiro. Spiri. Dengar, kann ich das Wort wieder nicht aussprechen? Spiritualität. Vielleicht ja wegen meinem ersten Video. Kuchentipp. Das heißt wegen meines ersten Videos. Mike, der besatzt grammatikalisch falsch. Ich kenn zwei Kandidaten, die sich straight up da dazugelegt hätten. Aber 100%. Da fallen mir sofort zwei Kandidaten ein, die sich da auch gesehen hätten, auf dem Plätzchen da. Wer ist das? Okay. Ziemlich lustig heute, muss man sagen. Auf jeden Fall hat es mega fun gemacht. Abonniert gerne den Channel. Schaut gerne auf Instagram oder TikTok vorbei. Und wir sehen uns hoffentlich später auf TikTok oder morgen wieder. Kommt auch wieder in eine saftige Folge von mir. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Bis zum nächsten Mal.